hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde witcher 3 beim letzten mal haben wir zugestimmt hier macht eine fette sause und naja jetzt müssen wir uns darum kümmern eine fette sause zu machen weil ich irgendwie hier raus bin ich könnte eigentlich auch mal wieder rassen das willst du nicht wissen dann hätte ich nicht gefragt nun erzähl schon es würde dir nicht zu sagen wahrscheinlich offen vor ja voll die wird ich gerne mal ausprobieren was für zeichen deine hexer zeichen habe ich nie gewirkt könnten interessant sein lass uns keine zeit verschwenden bis mitternacht bestimme ich was wichtig ist kann eigentlich jeder diese hexer zeichen wirken versucht meine jeder hexer oder muss man dafür auch so eine gewisse affinität haben einen zauberen da wirkt es ja so als hätten die eine affinität zu magie jetzt könnten nur entsprechende leute mit der affinität magie wirken aber wenn du eine ausgebildete hexe bist kannst du ich erinnere mich an diese mühle da sind olgiert und ich oft untergetaucht einmal haben wir zwergen schnaps gemobst der alte schwanz lutscher jarum hier hat uns erwischt ach die alten zeiten wenn du als hexer ausgebildet bist kannst du da generell die zeichen wirken schreibst du meine kommentare das würde mich echt interessieren ich bin jetzt hier nur einmal eine stunde und es ist ja nachts da findet ihr die feier dann statt wir müssen warten wirklich romantisch leck mich am arsch sie an es hat schon kriege um hässlichere frauen gegeben überfälle jedenfalls ja sie ist hübsch gehen wir immer langsam du willst so gehen wie du bist wie sonst hast du nicht gesehen was sie trägt an die seite eines solchen juwels passt doch keine vogelscheuche eine hochzeit erfordert nichts weniger als abendgarderobe ich habe zufällig keine da ach nein und was ist das da tja warum nicht ah das gefällt mir oh das ist genau das richtige passt perfekt wie maßgeschneidert nun zu den schuhen man braucht schuhe auf hochzeiten und noch das hier strecken und vierteilen soll man mich wenn ich je eine schönere frau sah viel zu tun gibt es da ja nicht mehr augen wie ein reh ein schwanenhals eine taille so schmal dass man sie umfassen kann so macht es doch tatsächlich spaß mit dir sei gewiss je näher du mich kennenlernst desto besser werde ich dir gefallen wie nah wäre das nah genug dass du all meine starken seiten siehst mein liebchen und ich habe so viele kann ich bitte kurz mit gerald sprechen wozu denn hier geht es um mein vergnügen nicht um seins nur ganz kurz du bist gleich wieder dran beeil dich ich will schließlich nicht bis mitternacht warten gerald ich stelle dich jetzt den frisch vermählten vor sorg dafür dass dein freund mir keine schande macht ich kann ihn nicht beeinflussen ich habe stuss geplappert wie ein volltrottel zum teil hat mir der stuss gefallen was denn zum beispiel du könntest bisweilen etwas entspannter sein entspannter hältst du mich für verklemmt ich meine es wäre schön wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das leben genießen könntest statt ständig aller leute probleme lösen zu wollen aber was hat das mit ich verstehe es nicht natürlich nicht du bist so klug wie ein alter schiffs zwieback sei froh dass du mich hast wir reden später gehen wir jetzt zur hochzeit soll der geist seinen spaß haben dann haben wir es hinter uns endlich kommt von dir mal was mit substanz wir schwingen das tanzbein bis die sonne aufgeht bis mitternacht und keinen moment länger das reicht nicht um mitternacht bin ich nicht mehr anständig blau geschweige denn streng dich an ich glaube an dich die abmachung war dass du dich bis mitternacht amüsierst dann kommt die hauben zeremonie und du gehst wieder ins graben na gut hier entlang meine erdbeere hallo welt da bin ich wieder ich will verdammt sein eine richtige hochzeit volle tafeln speis trank und geselligkeit unschöne frauen zuhauf aber keine so schön wie du rabarbertörtchen vorsicht vor dem hund was immer im zwinger ist es ist so groß wie ein pferd danke für die besorgnis aber der zwinger ist leer einen solchen menschenfresser lassen sie frei laufen sind die hochzeitsgäste gewarnt das sieht wahrhaftig nach einer sauce aus so eine schöne vogel wäre als ich jung war habe ich halsketten aus ihren früchten gemacht und als ich jung war haben olgiert und ich fantastischen fusel aus den bären gebrannt ich stelle dich jetzt dem jungen paar vor bitte benimm dich für dich mein vogelbärchen tue ich alles warte mal was stand da oben jetzt ich werde keinen schritt von deiner seite weichen was ist da oben für ein zeichen ist das ist es von evereck zeichen oben links noch einmal alles gute für dein neues leben vielen dank jetzt sind wir dran möge jeder segen euch zum teil werden in gesundheit und freude sollt ihr leben und harmonie und liebe sollen euch auf immer verbinden vielen dank aus ganzem herzen und nun genießt das fest wir sind dran oh weh dies sind meine liebe freundin aldona und ihr ehemann jonas es ist mir eine ehre möge die sonne euren neuen lebensweg hell erleuchten ich bin froh dies ist ein alter freund von mir gerald von riva genau das bin ich gerald ein hexer herzlichen dank für die erweiterte gastfreundschaft ich liebe hochzeiten wegen der bräute die duften vielleicht ich könnte glatt aber ja wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren boah so sag mir aldona woher kennst du meine liebe schad vom medizinstudium in ochsenfurt das waren schöne zeiten für mich waren sie viel zu schnell vorbei meine familie konnte sich mein studium nicht leisten nach dem ersten jahr musste ich aufhören es ist nie zu spät für bildung dein mann versorgt dich ja jetzt da kannst du dein studium bestimmt beenden ich weiß nicht darüber haben wir nie gesprochen aber jonas du hast aldona doch nicht nur als bettwärmer geheiratet oder sicher kann sie weiter studieren das ist unsere sache du musst dich da nicht einmischen ich mische mich nicht ein ich frage nur schließlich liebe ich deine frau wie meine schwester so frage ich dich als schwager hilfst du ihr wir werden das ganz gewiss später besprechen brav mein knabe ich wusste gleich dass du anständig bist boah soll ich das bringen nein genug geschnattert die zeit sie fliegt hast du noch einen termin ich ich kann es nur nicht erwarten euren schnaps zu testen mit den frauen zu tanzen ihre herrlichen jonas und ich haben ein paar hübsche mädchen eingeladen vielleicht gefällt dir ja eine davon aber tod sicher und vielleicht gefällst du einer von ihnen das wäre fein aber eigentlich ist es mir egal kommt trinken wir die grauen optionen hatten ja meistens keine konsequenzen die hauptzeremonie beginnt um mitternacht bis dahin amüsier dich lass dich gehen ähm die grauen optionen haben eigentlich ja keine äh keine Auswirkungen ich dachte mir ich muss mich ja nicht so sehr daneben nehmen aber nur um ein schwein zu fangen ihre hochzeitsklammer was für ein sport ist das ihr stolpert hinter schweinen her oder die jungs kämpfen darum zum könig der schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen preis für ihre weib äh ich meine ihre frauen zu ergattern und die regeln man muss der sohn eines schweinehirten sein richtig nein jeder mann kann sein glück versuchen man muss nur die gelb markierten schweine in den pferch treiben ja nichts leichter als das könig der schweinehirten wie und was erhält der genau eine fürstliche summe will ich hoffen kein geld es geht nur um die ehre der könig der schweinehirten erhält als krone ein lorbeerkranz der als zeichen seiner würde am sattel befestigt wird du hast noch preise für die frauen erwähnt sind die der mühe wert aber sicher schön wie gemälde jeder einzelne gewinne und sie selbst klingt nach absolutem schwachsinn aber warum nicht es wäre uns eine ehre schafft diesen kröckel weg er bekommt ja nicht mal sein eigenes weib ins bett wie soll er da ein schwein einfärchen lass mal den hexer ran äh treibt die schweine vielleicht schade dass kein maler anwesend ist in diesem moment sollte man für die nachwelt festhalten siehst du meine bewegungen im shani agil wie eine katze und schlau wie ein fuchs ich werde diesen trotteln zeigen wie man ein schwein zu treiben hat ich erinnere mich so ein bisschen an die ziegentreiberei in twilight princess nur die kai der viecher hier ist nicht ganz so leicht wie in twilight princess seht her ihr bauerntrottel lernt von eurem meister sind die schweine eingepfercht wahrlich das sind sie meister hexer wir haben lange nicht mehr so einen guten schweinetreiber gesehen deine familie hatte einen großen pferch oder kaum gibts zu meine familie besaß viele pferche was nicht bedeutet dass ich erfahrung als schweinetreiber hätte wie auch immer die krone geht an einen guten mann und die auserwählte des königs erhält ein passendes geschenk ja versteck es aber nicht in irgendeiner tasche binde es an einem pferd fest damit alle es sehen können was sagst du nun schon hast du jemals jemand geschickteren gesehen auf jeden fall kannst du gut schweine durch den schlamm treiben war lustig dir zuzusehen wie gefällt der blume meines herzens der preis den ich ihr gewonnen habe das ausgestopfte schweinchen es gefällt mir wirklich ich wollte schon immer eins haben sag mir shani mit was bekommt man dich rum wie meinst du das ich möchte dich erobern lasse meinen ganzen charme spielen und doch erliegst du ihn nicht also frage ich mich was mache ich falsch vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich schon mal daran gedacht unsinn alle mädchen stehen auf mich ist das so dann beweise es mit vergnügen sie wird mir innerhalb weniger augenblicke aus der hand fressen da die mit der gelande ausgezeichnete wahl werde nun zeuge der magie von vlodimir von everec wen haben wir denn da kennen wir uns wir sind uns nie zuvor begegnet aber ich habe mein halbes leben auf dich gewartet die andere hälfte schaffst du auch noch warte doch schönheit sabotiere mich nicht das gehört sich nicht in ordnung ich halte mich ab jetzt raus soll es richtig eklig sein komm ich ja hat es sehr weh getan liebes was als du vom himmel gefallen bist aber mein herr ich meine lieben sag nichts mehr ich werde eine echte dame aus dir machen wir werden hand in hand die feinsten gesellschaften beehren gesellschaften wirkliche echte gesellschaften in novigrad aber wie in novigrad ochsenfurt ja selbst in kofi wo auch immer du willst lass uns schnell zur scheune schreiten da werde ich dir alles erklären neski halt dich von diesen mann fern wer zum teufel seid ihr ihre brüder und wir haben papa am sterbebett versprochen sie vor deines gleichen zu beschützen hm ich benehme mich bleibt ruhig burschen es ist nichts passiert ich habe nur eine unschuldige unterhaltung mit einer unschuldigen wir haben alle gehört wie unschuldig dein gerede war du wolltest zur scheune mit ihr was hattest du dort vor etwa weiter reden natürlich hätten wir geredet aber erst nach dem tanz nennt mir nur einen dummkopf der nicht mit einer schönheit wie ihr tanzen würde such dir eine andere schönheit sonst tanze ich mit dir den tanz der zaunlatte gerald du hast es ja mitbekommen ich habe eine friedliche lösung gesucht aber sie wollen kämpfen mir auch recht daran habe ich auch spaß stopp dir eine zaunlatte von da drüben hast du vor angst deine eier verschluckt ich bin mit meiner geduld am ende niemand schimpft vlodimir von evereck einen feigling beruhigt euch jungs ich will nicht gegen euch kämpfen dein pech wir ziehen dir jetzt nämlich deine mutanten haut ab jetzt reicht's huah hier zeig uns was du drauf hast das musst du mir nicht zweimal sagen fliegen er hat die zaunlatte die perfekte wahl für dreckige schweinehirten effekt genug um dir das maul zu stopfen verdammter lustmolk ich habe in meinem leben noch nie so wild gefeiert wer will die nächste abreibung der verdammte idiot hat mir die tracht prügel meines lebens verpasst wir machen noch habt ihr genug bauernbrot dachtet ihr ihr könntet mit einem von evereck meine mit einem hexer mithalten hinfort mit euch ich kann eure schiefen fratzen nicht mehr sehen wohin so eilig meine liebe ich wollte doch eine dame aus dir machen gerald sagt ihr dass es nicht mein fehler war sie haben angefangen nun los hinterher kommt nicht in frage das war's du hast es vermasselt sie ist weg ist das etwa deine masche warst du schon immer so charmant es hat öfter funktioniert als du denkst hör zu du musst dich zügeln spaß haben ist in ordnung gäste vermöbeln nicht erst recht nicht mit meinen händen gut ich versuche es oh oh shani ist im anmarsch vermutlich wenig glücklich oder deine verantwortung erklär du's ihr oh na gut deine methoden sind ungewöhnlich einer frau den hof zu machen in dem man ihre brüder verprügelt ist kreativ ich frage mich was du sonst so in petto hast was ich in petto habe meine liebe das kann ich dir gerne zeigen vielleicht hinter der scheune ich glaube du hast genug gezeigt lass uns einfach den abend genießen in ordnung du hast nicht mehr viel zeit dein wunsch ist mir befehl ich kann einer liebreizenden maid wie dir nichts abschlagen lass uns gehen nicht mehr ich bin ich bin ich bin wende die es ist das Untertitelung des ZDF, 2020